Tabea Rösner, sie ist gerade schon vorgestellt worden als eine derjenigen, die ganz hartnäckig gekämpft hat, mitgekämpft hat. Das hat sie auf jeden Fall, ich begrüße sie nochmal ganz herzlich hier bei uns als Kollegin, als Politikerin. Herzlich Willkommen. Ich habe den Klageentwurf Professor Dörr in Auftrag gegeben, der ja dann leider keine erforderliche Viertelunterstützung des Bundestages hatte und dann hat es ja auch nochmal gedauert, bis dann tatsächlich die Landesregierung in Rheinland-Pfalz die Klage eingereicht hat und das war immer so einen kleinen Schritt voran und jetzt hat man dann endlich da gesessen und hat die Verhandlung verfolgen können. Das war schon toll und ich fand die Richter ausgesprochen versiert, die hatten sich richtig eingearbeitet, was wohl auch nicht so häufig vorkommt, dass alle Richter Fragen gestellt haben, diese Fragen auch sehr, sehr kritisch waren. Also ja, ich habe das mit großem Wohlwollen beobachtet. Mit welchem Gefühl, ich habe es Fritz Woll schon gefragt, sind Sie zurückgefahren? Wenn ich jetzt so spontan nochmal nachhake, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, auch die Kleinredung? Ja, das war sicherlich ein Punkt. Ich fand die Fragen, wie werden bestimmte Gruppen besetzt, also die R-Gruppe fand ich zum Beispiel sehr bezeichnend. Auch die Fragen, wie ist denn die Gesellschaft überhaupt repräsentiert in dem ZDF-Gremium. Da war die Frage, wenn der Islam in Deutschland angekommen ist, im Fernsehrat ist er nicht angekommen. Die Frage von, was ist mit Frauen, mit jungen Menschen, mit Migranten? Das waren doch wichtige Fragen, was die Zusammensetzung angeht. Was ich aber ganz bezeichnend fand, dass sich das Gericht sehr lange damit befasst hat, wie funktioniert dieses Gremium eigentlich oder diese Gremienarbeit? Und was hat das mit den Freundeskreisen auf sich? Das fand ich schon sehr spannend. Ich bin ja selber nicht Mitglied in einem Rundfunkrat. Und das nochmal. Aus Prinzip? Wenn Sie morgen gefragt würden, wie wäre Ihre Antwort? Danke. Ich finde das nicht einfach zu beantworten. Das würde sehr, also ich würde mich fragen, welches Gremium ist das? Wie weit entfernt bin ich davon? Was kann ich dazu beitragen? Ich vertrete auch nicht die Position, dass alle Politiker rausgehen müssten. Also Herr Gersdorf hatte schon gehofft, dass ich ihn da unterstütze. Aber wir haben nie gesagt, dass es ein politikfernes Gremium ist, sondern dass es ein staatsfernes Gremium sein soll. Und für mich ist es vor allen Dingen wichtig, dass die Regierungsvertreter dort eben auch reduziert werden oder vielleicht sogar ganz rausgehen. In anderen ARD-Anstalten beispielsweise ist das ja der Fall. Und ich fand so einige Argumentationen auch etwas absurd. Da wurde dann betont, ja, durch die Regierungsvertreter würde die Expertise in diese Gremien reinkommen. Das fand ich dann doch so ein bisschen zweifelhaft und die Richter fragten dann auch nach. Heißt das in den Gremien der ARD beispielsweise, wo keine Regierungsvertreter sind, gibt es dann da keine Expertise? Darauf konnte dann auch nicht richtig geantwortet werden. Und bezeichnend fand ich nochmal die Diskussion um die R-Gruppe. Also das sind die, die von den Ministerpräsidenten benannten, 16 Mitglieder, die sich aus den Bereichen Wissenschaft, Kultur, Bildung und Erziehung zusammensetzen. Und da war dann das Beispiel Herr Zastrow als Fraktionsvorsitzender des Sächsischen Landtags, für welche Gruppe er denn steht. Und dann hier ist es ja, man hat sich das unter den Ländern mal so aufgeteilt, welchen Bereich das jeweilige Land besetzt und benennt. Herr Zastrow würde für die Kreativwirtschaft stehen. Und dass er zufällig ein politisches Amt nebenbei ausführen würde, das sei halt so. Und das fand ich schon sehr lustig, dass das politische Amt zu dem eines Fraktionsvorsitzenden und eines stellvertretenden Bundesvorsitzenden dann so abgetan wird, hat mich dann doch sehr erstaunt. Jetzt gucken wir nach vorne. Wir haben das Zitat von Ihnen schon gehört, Jupp Le Grand hat es genannt, also Sie wollen keinen Schwarzfunk, keinen Rotfunk, aber auch keinen Grünfunk oder was auch immer. Was wollen Sie und wie kann man das abbilden, diese Pluralität, die Sie ja offensichtlich anstreben? Und da stellen wir mal, dass alle Grüne so sind wie Sie. Also als ehemalige Journalistin ist es natürlich völlig klar zu sagen, Journalisten haben eine Haltung und die haben häufig auch eine politische Meinung. Und das ist das, was ich auch immer wieder in Gesprächen höre, muss man nicht reduzieren, dass die Journalisten überhaupt eine politische Haltung haben. Oder in einem Interview wurde ich jetzt gefragt, es gibt ja eine größere Nähe von Journalisten zu den Grünen. Wie kann man denn das reduzieren? Im Nachgang der Bundestagswahl kann ich nur sagen, es hat uns ja nichts genutzt. Häufig sind ja gerade auch Journalisten, die eine Präferenz haben, besonders kritisch denen gegenüber, zu denen sie eher eine Nähe haben. Wichtig ist, dass diese Unabhängigkeit gewährleistet wird, natürlich auch durch die Führungsebene, durch die Vertreter, also die Chefredakteure, beispielsweise Programmdirektoren. Die müssen darauf achten, Redaktionsleiter natürlich auch, dass es eine Ausgewogenheit gibt. Aber eben auch die Frage von, wie begleiten wir das in den Gremien? Und dazu zählt einmal die Frage, wie ist die Gremienzusammensetzung? Haben Regierungsvertreter dort was zu suchen oder nicht? Das wird das Bundesverfassungsgericht sicher feststellen. Ich gehe nicht so weit, dass ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, alle Regierungsvertreter raus. Aber möglicherweise gibt es eine Quote, dass es eben keine Beherrschung gibt. Die Stellungnahmen oder Klagen haben ja auch festgestellt, dass es in der Kulmination gerade beim ZDF besonders großen Einfluss gibt durch die Regierungsvertreter. Nämlich indem direkt von den Ministerpräsidenten benannte Personen drin sind. Also wir müssen auch gucken, was sind die gesellschaftlich relevanten Gruppen. Aber wir müssen gucken, wer definiert das dann? Ja, das ist eine gute Frage. Uns schwebt vor, dass es vielleicht eine unabhängige Kommission gibt, die Kriterien aufstellt, nach denen die gesellschaftlichen Gruppen auch ausgewählt werden und benannt werden. Möglicherweise muss das auch dynamisch sein. Denn wenn vor 30, 40 Jahren vielleicht der Verband der Vertriebenen einen großen Stellenwert in der deutschen Gesellschaft hatte, so mache ich da heute mal eine Fragezeichen, ob das heute noch so ist oder ob es nicht andere Gruppen gibt, die eben eine größere Relevanz haben für unsere Gesellschaft. Und das kann man natürlich anhand von Kriterien feststellen. Und das wäre unserer Auffassung nach der beste Weg. Da gleich Kurt Beck kommt, sind Sie mit der Klage zufrieden? Die Klage, die Professor Heim geschrieben hat. Er geht halt nicht so weit wie Professor Dörr. Aber ich finde sie trotzdem gut und ich finde auch richtig. Und ich bin auch sehr dankbar, dass diese Klage ja dann zustande kam und die eingereicht wurde. Denn es gab ja auch den Versuch, den Staatsvertrag über die Ministerpräsidenten nochmal zu verändern und das anders zu regeln, beispielsweise was auch die Entsendung der Verbände angeht. Denn im Moment ist es ja so, dass die Verbände, die dort benannt sind, drei Vorschläge machen und immer die Ministerpräsidenten auswählen können. Jetzt wurde gesagt, naja, der Erste auf der Liste, der wird dann auch meistens gewählt oder benannt. Aber das hat es aus der eigenen Kraft der Ministerpräsidenten eben nicht gegeben. Noch mal ganz kurz, das wurde eben auch schon angesprochen. Ich glaube, wir werden nicht alles lösen damit, dass die Gremien neu besetzt werden oder anders besetzt werden. Ich glaube, wichtig ist eben, dass man im Anbetracht der Tatsache, dass der Öffentlich-Rechtliche eben auch unter einem Legitimationsdruck steht, die Öffentlichkeit stärker mit einbeziehen. Also wir brauchen da mehr Transparenz. Und wenn ich mal so höre, dass es unterschiedliches Engagement auch der Gremienvertreter gibt, dann frage ich mich schon, wer nimmt denn seine Aufgabe da auch wirklich ernst? Und bin ich bereit zum Beispiel, mich weiterzubilden? Herr Wolff hat es eben angesprochen, mich fit zu machen. Denn wir wollen ja jetzt nicht nur Medienexperten da drin haben. Herr Gersfeld sieht das vielleicht anders. Aber es sollen die Sachwalter der Allgemeinheit sein. Das heißt, sie sollen ja auch nicht nur ihre Verbandsinteressen dort vertreten. Oder sie sollen gar nicht eigentlich ihre Verbandsinteressen, sondern sie sollen die Interessen der Gesellschaft dort vertreten. Und da ist es wichtig, sich dann eben auch in medienpolitischen Fragen fit zu machen. Denn das ist in der Tat eine große Herausforderung im Hinblick auf die Entwicklung im Internet und der Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Frau Rösner, herzlichen Dank. Sie nehmen Platz hier in unserer Runde. Dankeschön.